Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich schulde Ihnen noch eine Fortsetzung zum Thema Dignitas Infinita. Und zwar hatte ich Ihnen versprochen, nachdem ich mich dem Text selbst gewidmet habe, Ihnen einige Reaktionen zu präsentieren und einfach um Ihnen ein bisschen was dazu zu sagen. Nun ist es so, dass in der Zwischenzeit kurzfristig eine Sondererklärbar von der Initiative Neuer Anfang veranstaltet wurde am vergangenen Montag zu diesem Thema. Das heißt, ich war dann involviert in dieser Sache und deshalb kommt jetzt erst ein Video dazu. Ich denke, dass ich die Reaktionen in zwei Sektionen einteile und mich diese dann eben auch getrennt widme. Und es wird wohl so sein, dass ich dazu zwei Videos mache. Ich möchte heute über die Reaktionen vor allem von Theologen auf Katholisch.de eingehen und Kirche und Leben. Und in einem zweiten Teil möchte ich mich einem ganz bestimmten Argument widmen, dass man aus den traditionalistischen Kreisen hört und das auch in einem Beitrag aufgegriffen wurde bei Catwalk und zwar von Josef Jung. Zunächst zu den Reaktionen der Liberalen hier besonders in Deutschland. Und dafür möchte ich zunächst einmal auf Katholisch.de verweisen und zwar zunächst einmal auf einen Beitrag von Christoph Paul Hartmann. Er schrieb einen Artikel mit dem Titel Dingitas Infinita zwischen Floskeln und ideologischen Scheuklappen. Das verspricht natürlich schon so einiges und sein Grundduktus ist, ja im Grunde ist mit dieser Erklärung Roms nichts Neues gegeben und man ist trotzdem immer noch genauso eingeschränkt wie vorher. Und er ordnet diese Erklärung zunächst einmal ein in die viel kritisierten Schriften, wie zum Beispiel das Genderpapier von 2019. Und nachdem er ein bisschen was zum Inhalt sagt, beginnt er zu sticheln, was auch sehr typisch ist, dass man vor allem mal wieder Seitenhebe in Richtung Kirche verteilt. Und zwar geht es da vor allem darum, dass die Kirche hier eine bestimmte Anthropologie propagiert, und was von Menschenwürde erzählt, aber selber diese nicht gelebt habe. Wenn man nämlich in die Kirchengeschichte schaut. Er geht dann aber vor allem auf die konkreten Verstöße gegen die Menschenwürde ein. Und da stören ihn natürlich zunächst einmal die allgemein gehaltenen Ausführungen zu Krieg, Armut und Migration. Das sind so die Teile, die Papst Franziskus gerne eingearbeitet haben wollte, die also noch eher zum Ende hin hinzugefügt worden sind. Und weil es sich hier um einen Rundumschlag handelt und viele verschiedene Themen angesprochen werden, müssen irgendwo Einbußen gemacht werden. Und hier geht es also dann um die Tiefe, die dann fehlt. Grundsätzlich sind Hartmann die gesamten Themen zu unterkomplex. Ein Stichwort, das dann später in einem anderen Beitrag auch noch vorkommt, und zwar bei Stefan Goertz. Also ihm sind die Themen zu unterkomplex. Ich zitiere ihn, das kommt recht unterkomplex daher, nicht zuletzt, weil etwa beim Stichwort Prostitution die umfangreiche und differenzierte Stimmenlage keine Rolle spielt. Unterkomplex vor allem, also weil man zu sehr, zu homogen hier argumentiert, als wenn es nicht irgendwie eine Variation an Ansätzen gäbe. Das kommt später nämlich auch nochmal, dass er das so kritisiert. Aber an diesem Zitat finde ich noch folgendes bemerkenswert, weil er hier von einer differenzierten Stimmenlage spricht, als ob es beim Thema Prostitution aus katholischer Sicht unterschiedliche Ansätze geben könne. Die gibt es natürlich. Aber aus katholischer Sicht kann man nur für eine bestimmte Sache sich aussprechen, nämlich dass das ganz klar zu kritisieren ist und ein ganz klarer Verstoß gegen die Menschenwürde ist. Also für mich klingt das so ein bisschen, was man sehr oft aus den liberalen politischen Bereichen hört, dass hier, dass das quasi so ein bisschen romantisiert wird nach dem Motto selbstbestimmtes Handeln, ein Beruf wie jeder andere, so ein ganz seltsamer verkappter Feminismus. Und dann zum Thema Missbrauch wird kritisiert, dass die Ausführungen so knapp sind. Das kommt bei fast allen, dass man das kritisiert. Viel zu kurz, obwohl das so ein großes Thema ist. Und auch hier wird natürlich wieder gesagt, die Kirche hat sich selbst darin ja nicht gerade gerühmt und dementsprechend ist das so jemand anderes sagte, schämen die sich nicht oder werden die nicht rot, wenn die sowas schreiben. Das Frauenthema wird ja dagegen vom Umfang her sehr ausführlich behandelt in Dingitas Infinita und das wird hier auch positiv aufgefasst. Aber dann kommt wiederum am Ende eine Stichelei, dass nämlich in der Kirche Frauen ja ebenfalls diskriminiert würden und darüber ja kein Wort verloren wird in der Erklärung. Beim Thema Abtreibung und Suizidbeihilfe und Gender kommen einige Dinge. Zum Beispiel kritisiert er hier, dass das einfach hier so, ja, dass hier einfach die Position der Päpste dargelegt werden und das ist alles irgendwie floskelhaft. Er meint, die Diskussion sei ja viel kontroverser, die geführt werde und das müsste man eigentlich viel mehr abbilden in so einem Text, als ob das gut wäre. Man müsste ja eigentlich bei dem Punkt Abtreibung einmütig sein. Wir sprechen hier jetzt über die katholische Perspektive, dass sie das verstehen. Das heißt, die katholische Position ist darin klar und eigentlich müsste das doch klar sein, dass man da dann eine einmütige, zu einer einmütigen Haltung kommt. Gerade hier, wo es sich um eine himmelschreiende Sünde handelt, by the way. Und natürlich kritisiert er, dass keine Frau zu Wort kommt, außer vielleicht die sowieso in Ungnade gefallene Mutter Teresa. Auch beim Thema Leihmutterschaft übrigens fehlen ihm andere Sichtweisen, die die Vielfalt der Meinungen abbildet, ebenso die Stimme einer Frau. Ich würde dagegen allerdings einwenden, ja, man spricht hier über Frauen und dann kommen die Frauen selbst nicht zu Wort. Es geht hier ja um lehramtliche Aussagen und lehramtliche Autorität hat in der Kirche nun mal der Bischof. Und eine Frau kann kein Bischof werden. Und ich muss sagen, man spricht hier sehr, sehr positiv über Frauen. Man nimmt die Würde der Frau ja absolut in den Blick und dementsprechend verliert man als Frau nichts dabei, dass hier keine Frau selbst zu Wort kommt. Auch beim Thema Suizidbeihilfe kommen übliche Einwände und Kritiken, wie man sie eben kennt aus der ganzen Debatte. Und beim Thema Inklusion, da wendet der Autor es dann so, dass er sagt, ja, auch im kirchlichen Leben haben wir keine absolute Inklusion, aber die ist ganz klar zu fordern. Gemeint ist das natürlich jeder einbezogen wird ins kirchliche Leben. Und das wiederum vor allem, was die sakramentale Gemeinschaft anbelangt. Das ist ja immer ein ganz wichtiger Streitpunkt. Die Ausführungen zu Gender sind besonders ausführlich. Ihm fällt eine verbale Abrüstung auf, so zitiere ich ihn, verbale Abrüstung, weil hier jetzt die Rede ist von einer Gender-Theorie und nicht mehr Ideologie. Das kommt später, ich glaube, bei Stefan gehört es auch. Es ist aber schmarrn, dass er meint, es sei neu, dass Rom es ablehnt, wenn zum Beispiel Homosexuelle inhaftiert, gefoltert oder umgebracht werden. Das ist nichts Neues, sondern es steht schon im Katechismus, dass man Homosexuelle mit Achtung, mit Würde, mit Respekt entgegenkommen soll. Also diese Dinge werden ganz klar kritisiert von Rom. Und zwar schon immer. Und wenn dann eben in seinem Beitrag die afrikanischen Bischofskonferenzen genannt werden, dass sie angeblich für eine solche Behandlung einstehen würden, was ich mir aber nicht vorstellen kann, dann kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Ich habe mich damit noch nicht so befasst. Aber so wie ich das mitbekomme, ist es eher eigentlich das Gegenteil, weil zum Beispiel bei der Weltsynode auch afrikanische Bischöfe gesprochen haben, die solche Behandlungen von Homosexuellen als Missstand bezeichnen, als eine Herausforderung für die katholische Kirche, dass man eben auch in solchen Kulturen und Gesellschaften ganz klar die katholische Position vertreten müsse, dass man so mit den Menschen nicht umgehen darf. Hartmann kritisiert in seinem Beitrag auch, dass hier etwas homogen dargestellt werde, was gar nicht homogen sei, also die Gendertheorie zum Beispiel, aber auch die Lehre der Kirche, als wenn es da eben eine Vielfalt gebe. Er meint natürlich die Diskussionen, die geführt werden. Diese ganzen Diskussionen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kirche in diesen Punkten eine ganz klare Position vertritt und Diskussionen geschehen, also oder brechen eben dort auf, wo diese klare Position der Kirche in Frage gestellt wird. Und es geht hier eben um Glaubensüberzeugungen auf beiden Seiten und dementsprechend um eine vorausgehende Grundentscheidung. Es gibt kein Jein, es gibt nur ein Ja oder Nein, entweder stehe ich dazu oder ich stehe nicht dazu. Und das lässt er meines Erachtens in seinem Beitrag außer Acht. Und er hält den ganzen sprachlichen Duktus für kulturkämpferisch, insbesondere eben bei diesem Thema, genauso beim Thema Abtreibung. Ihm fehlt die betroffenen Perspektive übrigens bei dem Thema Geschlechtsumwandlung und auch kritisiert er den Begriff Geschlechtsumwandlung statt Geschlechtsangleichung. Problem ist ja, dass der Begriff bereits eine Haltung mit aussagt. Und zwar entweder, wenn wir eben Geschlechtsangleichung sagen, dann setzen wir voraus, dass man im falschen Geschlecht geboren werden kann und deshalb eben eine körperliche Angleichung möglich ist. Oder man glaubt es nicht und sagt dann eben Geschlechtsumwandlung, was ein neutralerer Begriff ist. Wenn man nämlich glaubt, dass Gott den Menschen schafft mit einem Leib beschenkt, der ein Geschenk ist und also gegeben ist und den man annehmen muss, sich selbst so annehmen muss, wie man gemacht ist. Der Vatikan halte fest an einem binären Geschlechterbild, was kritisiert wird von ihm. Das klingt so kirchenpolitisch, muss ich sagen, so als ob der Vatikan allein so handhabe und nicht von der Heiligen Schrift es so vorgegeben sei oder von der Biologie vorgegeben sei. So ist es natürlich nicht zu verstehen. Insgesamt kann man sagen, dass Hartmann in seinem Beitrag Denik das Infinita als eine verbale Abrüstung und Abmilderung versteht auf sprachlicher Ebene, aber inhaltlich werde nichts zurückgenommen. Und interessant, dass er eben von ideologischen Scheuklappen spricht, als ob nicht er selbst als deutschsprachiger Theologe Paris Prototo steht für eine akademische, ideologische Scheuklappen-Mentalität. Ich habe bereits Stefan Goertz angedeutet und er hat einen Beitrag, einen Kommentar zu Dignitas Infinita in Kirche und Leben veröffentlicht. Er ist Moraltheologe in Mainz, ist vielleicht Ihnen bekannt. Ich habe schon mal eine Rezension hier auf meinem Kanal veröffentlicht zu dem Buch mit dem Herrn Breitsameter. Und zwar vom Vorrang der Liebe heißt das Buch, glaube ich. Das ist ein Buch, das ziemlich gut darstellt, wie die Moraltheologie in Deutschland heutzutage so aussieht. Und er legt da in seinem Beitrag, dass es bei Dignitas Infinita vor allem darum geht, die Lehre der Päpste gebündelt zusammenzufassen und dass es nicht darum geht, etwas Neues zu bringen. Er sagt, es gibt nichts Neues, sondern die bisherige Lehre, die wird hier weitergeführt. Er bestätigt also im Grunde in seiner in seiner Kritik, dass Dignitas Infinita nichts Neues ist und auch keinen Bruch zur bisherigen Lehre darstellt, was eben zum Beispiel bei vielen Traditionalisten bestritten wird. Er kritisiert, dass keine Neuheiten kommen und dass neue Ansätze nicht zugelassen würden. Auch so ein bisschen wie Hartmann auf katholisch.de. Die Vielfalt an Ansätzen und Meinungen werde nicht zugelassen. Gertz bezieht Stellung aus der Sicht des neuen Freiheitsbegriffs, der sich nicht einmal mehr auf den aufklärerischen Begriff berufen kann, wenn man so will, der ein absolut radikalisierter Freiheitsbegriff ist. Also total überzogen, der über die Leichen geht, der über die Freiheit der Anderen hinausgeht. Und dabei fällt wieder einmal auf, so zitiere ich Gertz, dass für die Begründung der Würde des Menschen, dessen Freiheit keinen zentralen Stellenwert besitzt, was überhaupt nicht stimmt, sondern es wird ganz klar die klassische Anthropologie entfaltet in Dignitas Infinita und dort wird ganz klar die Freiheit des Menschen aus christlicher Sicht. Aber es ist eben nicht der libertarische, um einmal Menke zu zitieren, der libertarische Freiheitsbegriff, den die Theologen von heute gerne in Anklang oder in Anlehnung an die Philosophie, die entsprechende Philosophie natürlich, gerne sehen würden. Und wenn es nicht diese Radikalität gibt, dann gibt es keine Freiheit. Also sehr alternativlos. Ich zitiere weiter, das ist angesichts der theologischen und philosophischen Tradition unverständlich verfolgt, aber vermutlich die Absicht, die aus der Menschenwürde resultierenden Freiheitsrechte der Person nicht zu stark gewichten zu wollen. Also Schmarrn kann man dazu nur sagen. Weiter im Zitat, kurz von einer Autonomiewürde im neuzeitlichen Sinne ist keine Rede. Kann es auch nicht, weil Autonomiewürde nach neuzeitlichem Verständnis ein ganz anderer Begriff ist als ein unvereinbarer Begriff zur christlichen Freiheit. Es ist total verrückt, mit welchen Definitionen Begriffe in dieser neuen Theologie gebraucht werden. Nicht nur Freiheit, sondern auch sowas wie Person, Mensch. Und das stört ihn natürlich, weil er einfach in dieser neuen Denkrichtung verhaftet ist. Und dementsprechend kann er von da aus auch nur diese Kritik anbringen. Er sagt zum Beispiel, stattdessen bezieht sich die ontologische Würde stark auf die dem Menschen eigene Natur, auf die sich der Mensch in seiner Freiheit beziehen soll. Dass die Natur der Menschen aber nicht ohne seine personelle Freiheit gedacht werden kann, wird nicht eigens reflektiert. Zitat Ende. Durch eine solche Rede wird hier ein Zwang suggeriert. Dabei sollen wir uns nicht auf die Natur beziehen, sondern wir dürfen uns auf Natur beziehen. Unsere Natur ist nämlich ein Geschenk. Im Grunde denkt Stefan Goertz total gnostisch, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein. Er bezeichnet den hier dargelegten Würdebegriff als Unterkomplex in seinem Beitrag. Und ein Begriff, den Hartmann ja auch wählt. Unterkomplex finde ich dagegen vielmehr eigentlich seine Argumentation. Oder besser gesagt, die moraltheologischen Zustände in heutiger Zeit. Allen voran ihre anthropologische Basis eine total fragmentarische Anthropologie. Als wenn der Mensch in sich gespalten ist und man einzelne Teile dieses Menschseins herausgreifen kann und verändern kann nach Belieben. Und er muss natürlich in seinem Beitrag auch kirchenkritische Sticheleien zum Besten geben. Ich habe das Gefühl, das gehört zum Theologietreiben dazu. Ich glaube, das war auch mal Klaus Berger in einem Beitrag. Da hat er gesagt, der gute Theologe von heute muss kirchenkritisch sein. Und wie gesagt, Liberalismus strömt aus seinen ganzen Stellungnahmen, so auch bei diesem Zitat. Hier verbirgt sich der jahrzehntewährende Kampf des Vatikans gegen liberale Selbstbestimmungsrechte, denen ein falsches Freiheitsverständnis vorgehalten wird, weil sie die vorgegebene Natur des Menschen nicht genügend beachten würden. Auch bei den genannten Verstößen gegen die Menschenwürde hat er ganz klar seine Kritik. Wird deutlich, auch zum Beispiel beim Thema Gender und Sexualität, das sind so seine Steckenpferde, sag ich mal, gerade die Sexualität. Er spricht von Zurückweisung von Selbstbestimmungsrechten bei den Themen rund um die menschliche Geschlechtlichkeit. Also, dass Selbstbestimmungsrechte zurückgewiesen würden. Und zu Gender heißt es, wie soll unter diesem Vorzeichen eine auch nur ansatzweise seriöse Auseinandersetzung stattfinden? In diesem Bereich scheint sich der Vatikan kulturkämpferisch entschieden zu haben. Hinsichtlich der eigenen Geschlechtlichkeit haben sich die Menschen in das Korsett der sogenannten traditionellen Werte schnüren zu lassen. Das heißt, menschenrechtliche Ansprüche sexueller Minderheiten werden mit keiner Silbe der Würdigung für Wert erachtet. Und zur Geschlechtsumwandlung sagt er natürlich, hier wird durch so ein Begriff das und auch den ganzen Abschnitt eigentlich das Leiden und die berechtigten Interessen von Transmenschen ignoriert. Eine Veränderung im Bereich der Geschlechtlichkeit erscheint einseitig als Gefahr für die menschliche Würde. Also insgesamt, was man hier so lesen kann, ist einfach nur total gnostisch. Und was als Verstoß gegen die Menschenwürde bezeichnet wird, in dem Text in Dignitas Infinita wird von Goertz eher im Gegenteil betrachtet. Er sagt, Homosexualität, Transsexualität etc. als Verstoß zu bezeichnen, sei der eigentliche Verstoß gegen die Menschenwürde. Das ist so die, ich sag mal, das ist so die Stoßrichtung seines Beitrags. Es geht weiter, denn auch der Chefredakteur von Kirche und Leben hat Stellung bezogen zu dieser neuen Erklärung. Er sagt, sonderlich Neues steht nicht drin. Vieles ist selbstverständlich, anderes altbekannt, ein Zeugnis der Unerschütterlichkeit, aber auch der üblichen Unbeweglichkeit. Für ein Schreiben aus der zentrale katholischer Lehrverkündigung wirkt es frappierend schlicht. Die Vielzahl der Themen macht es eher beliebig als umfassend. Auch ihm fällt auf, dass hier Gendertheorie und nicht Ideologie gesagt wird und auch Geschlechtsumwandlung statt Angleichung. Und auch er fordert von Rom ein, dass es selbst halten soll, was es propagiert und zwar zur Menschenwürde. Insofern ist der Adressat des Papiers vor allem sein Verfasser. Ich möchte Ihnen einen weiteren Beitrag auf katholisch.de ans Herz legen und zwar von der Dogmatikerin Gunda Werner. Und es geht hier um ein Interview, das sie eben für katholisch.de gegeben hat und da gibt es viele Momente, die einem nur Kopfschütteln bereiten. Zum Beispiel meint sie, dass die Kirche jetzt auf einmal etwas von Menschenwürde sagt, wobei sie das lange ja abgelehnt habe. Dass die Kirche aber lange Zeit Menschenrechte verdammte, so im Zitat, und erst 15 Jahre nach der UN-Erklärung ein positives Verhältnis zu ihnen fand, bleibt außen vor. Zitat Ende. Das, was sie sagt, ist so nicht richtig und man müsste das differenzierter betrachten. Man müsste auch genauer erklären, warum die Kirche zum Beispiel damals die Erklärung abgelehnt hat und so weiter und sofort. Und natürlich kommt nicht erst mit Johannes dem 23. eine Wende und plötzlich findet man das dann doch gut und verteufelt Menschenrechte plötzlich nicht mehr. Das ist so nicht richtig. Ich möchte dieses Fass jetzt nicht eröffnen, sondern verweise gerne auf die letzte Erklärbar der Initiative Neuer Anfang, weil dort die Frage ebenfalls gestellt worden war. Und Martin Bruske hat das ausführlich erklärt. Ich, wie gesagt, ich verweise gerne auf die Erklärbar in der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung können Sie den Link anklicken und dort gibt es einzelne Lesezeichen. Und dort können Sie dann direkt zu dieser Frage klicken. Und Gunda Werner räumt im Grunde auch ein, dass die Menschenwürde schon immer Kern der christlichen Lehre darstellt. Also sie räumt das eigentlich ein. Für sie ist befremdlich, dass man sich so intensiv zum Beispiel der Genesis zuwendet in den Liters Infiniter. Sie meint sogar, es wirke so, als ob dies wichtiger wäre als das Evangelium. Dabei müssten wir als Christen noch ganz klar sagen, das Evangelium baut ja auf dem Menschenbild auf, das bereits in der Genesis grundgelegt ist. Jesus verweist auf die Genesis. Er verweist darauf, wenn es zum Beispiel um das Thema Ehescheidung geht. Und deshalb ist es so zentral. Es ist so zentral und deshalb muss man hier, wenn man etwas Anthropologisches sagt, auf die Genesis zurückverweisen. Das geht nicht anders. Und wie gesagt, wenn Jesus selbst das macht, warum dürfen wir das dann nicht auch machen? Und dann kommt natürlich auch hier ein bisschen Polemisierung gegen alles Mögliche, zum Beispiel das Patriarchat. Denn wenn Kirche die Würde des Menschen im Blick hatte, so sie, dann angeblich die Würde des Mannes. Das würde ich persönlich als Frau nicht so unterschreiben. Anhand vieler Beispiele könnte man jetzt sagen, wo die Kirche sich für Frauen einsetzt, durch die Kirchengeschichte hindurch. Und zwar auch ganz besonders da, wo die Welt dies nicht tat. So zum Beispiel schon bei Jesus, wie er mit Frauen umging, das war total neu. Sie sagt, dass erst mit Johannes der 23. dem 23. man positiv über Menschenrechte sprach, davor ablehnte. Und nun komme das Glaubensdikasterium daher und behaupte etwas anderes. Und das, was da eben gesagt werde, eine konstruierte Kontinuität sei total unaufrichtig. Auch die ganze Geschlechteranthropologie, die ganze naturrechtliche Argumentation. All das wird bei ihr polemisiert. Es wird sogar so dargestellt, als sei es ein Mechanismus, um jegliche Debatten zu stoppen. Denkverbote, gesetzte, autoritäre Stoppschilder, die einen freien Diskurs ja im Grunde ausschließen. Birgit Mock hat übrigens auch etwas zu Denitas Infinita gesagt. Und zwar in Kirche und Leben. Sie sagt, es ist hier offensichtlich nicht der aktuelle Stand der humanwissenschaftlichen Erkenntnisse rezipiert worden. Wenn sie diese nur benennen könnte, mit Belegen, das wäre gut, weil immer die Rede ist von den humanwissenschaftlichen Erkenntnissen. Wobei nicht klar ist, was damit überhaupt gemeint ist. Und wenn man dann aber die Menschen darauf festnagelt und auch Experten ganz konkret sprechen lässt, dann erklingen plötzlich ganz andere Töne. Unter anderem, dass da gar nicht so eine Homogenität zu finden ist. Interessant ist auch, dass Birgit Mock selbst zugibt, dass Fiducia Supplicans übrigens keine neue Lehre gebracht hat, wie an Digitas Infinita wiederum zu erkennen sei. Ich zitiere sie. Auch wenn die kirchliche Lehre zunächst unverändert bleibt, wie jetzt Digitas Infinita zeigt, hat das Segenspapier dem Neuen einen Weg eröffnet. Interessant. So kann die Praxis der Lehre vorausgehen. Wie das allerdings dann mit dem Thema Homosexualität zusammenpasst, da widerspricht sie sich nämlich. Sie sagt, wir haben das klare Bekenntnis des Denodalen Wegs, dass wir Segensfeiern für Paare, die sich lieben, im Sinne des Evangeliums ermöglichen wollen und für richtig halten. Die Aussagen des Papstes zu Segenshandlungen unterstützen dies. Naja, eigentlich nicht, aber gut. Damit gehen wir jetzt in die Umsetzung, schreibt sie. Das machen sie so oder so. Ob sie jetzt irgendwie Unterstützung von Rom haben oder nicht. Es gibt noch einen überraschend differenzierten Beitrag, der in Rom Domradio veröffentlicht worden ist und zwar von Jochen Sautermeister. Es ist ein sehr guter Text, den können sie gerne gut lesen. Er ist ein bisschen ausführlicher, weil er auch eine inhaltliche Zusammenfassung von Dinglich das Infiniter bringt und auch das Ganze so ein bisschen kontextualisiert. Und zwar bettet Sautermeister die Erklärung in die jüngeren kirchlichen Ereignisse ein, zum Beispiel durch den Rückblick auf Veduzia Supplicans, aber auch indem er das Ganze in einen noch größeren Rahmen stellt. Zum Beispiel dadurch, dass er eine Analogie zu Gaudium et Spes herstellt und erklärt die Struktur und das Vorhaben dieses Textes, gibt aber auch eine Einschätzung über das Innovationsmaß an. Er sagt, Dignitas Infinita liefert nun eine theologische Vertiefung des zugrunde liegenden Würdeverständnisses. Also das ist das Neue, eine Vertiefung, eine theologische Vertiefung. Der Erklärung geht es um die Würde als universelle Wahrheit, die individual, sozial und umweltethisch zu konkretisieren ist und daraus moralische Konsequenzen zu ziehen. Die systematische Ausdifferenzierung des Würde-Konzepts, wie sie eben in Dignitas Infinita erfolgt, stellt für die kirchliche Lehrverkündigung ein Novum dar. Also in diesem systematischen Ausmaß ist es bisher noch nicht geschehen. In der Hinsicht bringt also Dignitas Infinita schon was Neues. Und dann fasst er eben zusammen, worum es geht. Das habe ich ja schon in meinem Video davor gemacht, das muss ich jetzt hier nicht nochmal Ihnen darlegen. Und dann schließt er, mit Dignitas Infinita wird ein in der christlichen Anthropologie fundiertes christliches Menschenwürde-Ethos formuliert, das sich dem Anspruch der Menschenrechte verpflichtet weiß, ohne sich dabei der Möglichkeit zu berauben, dass sogar den Anspruch erhebt, aus Sicht des kirchlichen Lehramts eine Überdehnung oder missbräuchliche Ausweitung von Rechtsforderungen in der Gegenwart zu kritisieren. Sauter Meister hebt hervor, das, was eben viele bei ihrer Empörung überlesen, nämlich, dass dieser Abschnitt über Missbrauch, der zwar kurz ist, sich eine oder eine selbstkritische Formulierung beinhaltet. Es heißt in diesem Abschnitt, daher setzen sie sich unermüdlich dafür ein, die Kirche, sich unermüdlich dafür ein, allen Arten von Missbrauch ein Ende zu setzen, und zwar beginnend im Innern der Kirche. Bei einigen Nuanzierungen, die Sauter Meister erkennen möchte, bin ich da eher vorsichtig, so zum Beispiel beim Thema Geschlechtsumwandlungen, da eine neue Stoßrichtung im Sinne einer Abschwächung oder Ablehnung der Kirche zu verstehen oder beim Fehlen des Themas natürliche Empfängnisregelungen etwas hineinzuinterpretieren. Aber insgesamt ist das doch ein sehr guter Text, ausgewogener Text und er stellt fest, mit der Erklärung Dignitas Infinita legt der Präfekt des Glaubensdikasteriums Kardinal Fernandes zum ersten Mal ein lehramtliches Dokument vor, das konsequent das Prinzip der Menschenwürde in das Zentrum der kirchlichen Sozial- und Morallehre stellt. Sauter Meister sagt zudem, die Erklärung ist ein weiterer Baustein, die Absicht von Papst Franziskus zu verwirklichen, sich wieder auf das Zweite Vatikanische Konzil und dessen Anliegen des Agionamento zu besinnen. Soweit also einige Reaktionen aus dem linken Milieu, aber auch eben zum Ende hin dann doch einen etwas ausgewogeneren Beitrag. Beim nächsten Mal werde ich dann ein bestimmtes Argument aus der traditionalistischen Ecke vorstellen und was dazu sagen. Seien Sie darauf gespannt und bis zum nächsten Mal Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen, seien Sie behütet und beschützt, machen Sie es gut.